Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, zu meinem neuen Schwangerschaftsupdate zur 32. Schwangerschaftswoche. Heute soll es um den Frauenarzttermin gehen, den ich diese Woche hatte und allgemein um so Sachen, worüber ich mir im Moment Gedanken mache, worüber ich mir vielleicht auch ein bisschen Sorgen mache. Ja, ich war gestern beim Frauenarzt. Die drei großen Ultraschalls, die habe ich ja schon hinter mich gebracht quasi. Und trotzdem hatte ich nochmal Ultraschall, also hätte ich nicht gedacht, weil es ja normalerweise so ist, dass man hier den weiteren bezahlen muss, aber es wurde nochmal nach dem Baby geschaut, wurde nochmal geguckt, ob die Durchblutung an der Nabelschnur okay ist und an der Gebärmutter. Und das war auch alles super. 1700 Gramm ist es ungefähr, aber sie sagte auch jetzt bei der Größe lässt sich das nicht mehr so einfach bestimmen. Sie sagte auch, es wird kein sehr großes Baby, was natürlich völlig okay ist, wenn es war jetzt auch, glaube ich, so ein gutes Mittelmaß. Ich muss nicht so ein, weiß ich nicht, 55 cm Baby haben oder so. Ja, genau. Ich habe jetzt alle Babysachen übrigens auch rausgeholt und gewaschen, weil ich halt sehen wollte, habe ich genug, fehlt mir noch irgendwas, aber ich habe genug. Also ich habe sogar in Größe 50, 56 cm ein paar Langarmbodys und auch Shirts, was ich nicht gedacht hätte. Aber ich weiß, ich hatte das bei Vince gekauft und halt ihm nie angezogen, weil er halt doch so groß war, dass ihm das ja von Anfang an nicht gepasst hat. Also ich habe wirklich jetzt noch ungetragene Babysachen im Schrank liegen und gerade auch Socken. So Söckchen, die erste Söckchengröße hat Vince ja nicht gepasst. Ich bin ja dann relativ schnell losgetobt und musste dem Socken in der nächstgrößeren Größe kaufen. Und die sind jetzt alle noch ungetragen und da freue ich mich schon drauf. Am liebsten würde ich mich vor den Schrank setzen und schon so Outfits zusammenstellen. Ich bin mir noch nicht sicher, was das Going-Home-Outfit wird, aber das zeige ich euch auf jeden Fall, wenn ich euch meine Krankenhaustasche zeige. Ja, aber nochmal zurück zum Frauenarzt. War es sonst noch irgendwas? Ja, ich bin mittlerweile bei 17 Kilo angekommen. Ich wollte unbedingt diesmal unter 20 Kilo bleiben. Das schaffe ich aber definitiv nicht. Wahrscheinlich werde ich sogar über die 20 Kilo gehen. Aber es ist halt sowas, wo man keinen Einfluss so richtig drauf hat. Man kann auf seine Ernährung achten und ich esse auch nicht mehr als sonst oder ungesünder als sonst. Aber ich merke es ja an meinem Bindegewebe und allgemein an meinem Körper, dass da irgendwo halt doch mehr Gewicht, Wasser, was auch immer, Fett ist. Und ich freue mich einfach, dass diese Tatsache, dass ich mich halt so unwohl in meinem Körper fühle, das ist schon immer noch so, das verstärkt natürlich diesen Drang, dass das Baby endlich kommen soll. Bitte, bitte, bitte. Also, ja, jetzt noch nicht, aber so. Ab der 36. Woche wäre es okay, dann bitte kommen soll, damit ich dann auch wieder Herr über meinen Körper werde. Dass ich dann, ja, ganz anders wieder Einfluss auf meinen Körper nehmen kann und den dann wieder so formen kann, wie ich es denn gern hätte, schnellstmöglich. Genau. Also, ich möchte jetzt gern noch so bis zur 36. Schwangerschaftswoche, ist okay. Und dann könnte es eigentlich gerne kommen. Also, ich muss nicht bis zur 40. und 41. Woche gehen. Aber wir werden sehen. Gab es noch was beim Frauenarzt gestern? Ich glaube, das war es dann auch. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich gestern quasi diesen roten Schein für die Krankenkasse bekomme. Dem war aber nicht so. Das kriege ich dann erst in zwei Wochen. Das ist so ein Punkt, wo ich mir so meine Gedanken und auch Sorgen zum Beispiel mache. Das war ja bei Winzen nicht so ein Thema, weil ich bei Winzen zu Hause war. Aber jetzt ist es ja so, dass ich arbeiten war quasi, bis ich konnte. Und jetzt bekomme ich ja in den sechs Wochen Mutterschutz, Geld von der Krankenkasse und auch noch von meinem Arbeitgeber. Ich glaube, von der Krankenkasse sind 13 Euro am Tag. Und der Rest muss dann halt der Arbeitgeber zahlen. Und bei der Krankenkasse haben sie mir halt erklärt, wenn ich dann diesen Schein bringe, nehmen die dann Kontakt mit meinem Arbeitgeber auf, der dann wiederum eine Verdienstbescheinigung an die Krankenkasse zurückschicken muss. Und erst wenn diese Verdienstbescheinigung da ist, bekomme ich auch mein Geld. Mein Chef ist jetzt ein Mensch, der nicht sehr zuverlässig ist und wo ich jetzt schon weiß, dass die ewig auf diesen Schriebs warten werden bei der Krankenkasse. Deswegen werde ich, wenn ich weiß, die haben das abgeschickt, auf Arbeit fahren und sagen, bitte füll das aus, bitte schick das weg. Weil es ist einfach, ich lebe nicht auf Sparflamme, natürlich habe ich meine Rücklagen. Aber natürlich habe ich monatlich auch Ausgaben. Versicherungsbeiträge zum Beispiel, was monatlich abgebucht wird. Und ich hasse es, mir Sorgen um Geld machen zu müssen, gerade weil ich in der Schwangerschaft auch einfach anderes im Kopf habe. Es kommt ja noch dazu, also mein Entbindungstermin, mein Errechneter, ist ja der 25. März. Und am 25. März endet Manus Arbeitsvertrag. Manu hat das Pech, dass er immer nur, also seit seiner Ausbildung, immer nur befristet eingestellt wurde. Da mal anderthalb Jahre, da wieder ein Jahr, da wieder ein Jahr, da wieder ein halbes Jahr, da ein Vierteljahr. Und das letzte Mal wurde er Ende Oktober verlängert, bis zum 25. März. Jeder dort wusste, dass am 25. März mein Entbindungstermin ist, dass er zum zweiten Mal Vater wird. Darauf wurde überhaupt gar keine Rücksicht genommen. Jetzt hatte er letzte Woche einen Termin, weil er gerne wissen wollte, verlängern sie ihn nochmal oder nicht? Muss er sich bewerben oder nicht? Und sie konnten ihm nichts sagen. Sie waren nicht bereit, ihm etwas zu sagen. Jetzt hat er, ich glaube, im Februar dann irgendwann nochmal einen Termin deswegen. Und das wird dann alles arg knapp. Und das sind einfach so Gedanken, die ich mir gerade mache, Sorgen, die ich mir einfach mache. Und wir haben jetzt entschieden, egal wie seine Arbeitsstelle entscheidet, ob sie ihn verlängern oder nicht. Er hat jetzt sowieso gesagt, er würde sich nur auf einen unbefristeten Vertrag einlassen. Er hat es satt. Er wird jetzt seit vier Jahren immer wieder verlängert. Er möchte jetzt einfach nicht mehr. Und wir haben jetzt beschlossen, jetzt ist endlich die Renovierung hier abgeschlossen zu Hause, dass wir uns jetzt zusammen hinsetzen und er sich bewirbt. Dass er sich einfach in anderen Krankenhäusern bewirbt und schaut, dass er vielleicht sogar was bei uns mehr in der Nähe bekommt. Also er hat ja immer eine Fahrtstrecke von einer halben Stunde jeden Tag. Das wäre natürlich super, wenn er ein bisschen was näher auch bekommen könnte. Dann könnten wir uns vielleicht sogar ein Auto sparen. Da wäre mir jeder ein Auto. Oder ja, aber müssen wir jetzt erstmal schauen. Aber das sind halt so ungewisse Dinge. Und das läuft halt alles auch auf diesen Geburtstermin hin. Und das macht mir natürlich Sorgen. Und da denke ich auch viel drüber nach. Und das sollte man eigentlich in der Schwangerschaft nicht machen müssen. Ja, ich hoffe, das regelt sich halt in den nächsten Wochen dann schnell, dass sich auf die Bewerbung hin dann jemand zurückmeldet. Und dass sich da hoffentlich was anderes ergibt als bei seinem jetzigen Arbeitgeber. Ja, werden wir aber sehen. Ja, dann mache ich mir auch ganz viele Gedanken, wenn es denn jetzt losgehen sollte, dass ich ins Krankenhaus müsste. Wie ich das alles organisiere mit Vince und mit Manuel auch. Also, es geht ja weiter, ne? Also, am 25. März ist mein Entbindungstermin. Und Manu hat nur sechs Tage vorher Urlaub bekommen. Und danach auch nicht. Also, danach ist Ostern. Und bei denen ist das immer so, entweder gehen sie Ostern arbeiten oder Pfingsten arbeiten. Und er hat gesagt, gut, dann geht er Pfingsten arbeiten und hat dafür Ostern frei. Das heißt, er hat sechs Tage vor dem errechneten Entbindungstermin frei. Und drei Tage danach. Und das ist mega, mega knapp natürlich. Ja, und dann mache ich mir halt Gedanken, was ist denn, wenn das Baby kommt und Manu halt auf Arbeit ist? Bei Vincent hatte ich ja Glück. Da hatte er ja schon Urlaub, als Vince sich auf den Weg gemacht hat. Und er war also da. Das kann mir ja aber passieren, er ist nicht da. Er hat Spätschicht, er hat Nachtschicht. Oder es geht halt tagsüber bei mir los. Er hat Frühschicht. Und ich bin im schlimmsten Fall mit Vince alleine hier. In diesem Fall, also ich habe sowieso vor, so lange wie möglich zu Hause zu warten, bis ich wirklich denke, es geht nicht mehr, ich muss ins Krankenhaus. Ich weiß, ich kann jederzeit meine Schwiegereltern anrufen und die kommen her und sind dann bei Vince. Aber ich muss ja noch irgendwie ins Krankenhaus. Und da mache ich mir halt so Gedanken, wie mache ich es? Bei so einer Geburt, so einen Verlauf kann man ja ganz schwer einschätzen. Also es kann sich stundenlang hinziehen, es kann aber auch ganz, ganz schnell gehen. Wenn ich Manu anrufe auf Arbeit, warte ich dann, bis er die 30 Minuten bis zu uns nach Hause gefahren ist, um dann mit ihm nochmal 30 Minuten ins Krankenhaus zu fahren? Oder gebe ich ihm Bescheid, dass er sofort ins Krankenhaus kommen soll und ich mich von jemand anderem ins Krankenhaus fahren lasse? Wahrscheinlich werde ich es dann sowieso spontan entscheiden, wenn ich sehe, wann es bei mir losgeht, wie stark, doll es gleich losgeht, wie Manu Arbeiten ist. Ob Vince vielleicht gerade im Kindergarten ist, ob meine komplette Familie vielleicht gerade Arbeiten ist. Vielleicht habe ich das grandiose Glück, ich habe einen Blasensprung und relativ starke Wehen gleich und es sind einfach alle Arbeiten. Ja, darüber mache ich mir so meine Gedanken. Ich habe dann auch so überlegt, kann man dann noch Auto fahren? Könntest du mit Wehen noch eine halbe Stunde ins Krankenhaus fahren? Hm, und das sind einfach so gerade Gedanken, die ich mir mache, die eigentlich total sinnlos sind, weil ich es dann sowieso in der entsprechenden Situation entscheiden muss und sehen muss, wie ich es dann mache. Aber in diesen Gedankengängen fallen mir halt auch immer wieder so praktische Sachen ein, die gar nicht so schlecht sind. Wenn ich eine Krankenhaustasche für mich packe, Sachen für das Baby einpacke, muss ich auch eine Tasche für Vince packen. Denn so oder so wird Vince dann ja mindestens eine Nacht erstmal bei seinen Großeltern schlafen, vielleicht sogar zwei Nächte. Da braucht er natürlich Klamotten und ich will nicht, wenn ich dann hier zu Hause Wehen kriege, noch anfangen, eine Tasche für Vince packen zu müssen und mir darüber Gedanken machen zu müssen. Also muss ich auch noch eine kleine Tasche für ihn zurecht packen. Und ja, also ich mache mir im Moment sehr, sehr viele Gedanken, so ein bisschen Sorgen, obwohl man das ja eigentlich in der Schwangerschaft überhaupt nicht machen sollte. Aber ja, ist halt gerade aktuell in dieser Woche gewesen und deswegen dachte ich, teile ich das auch einfach mal mit euch, über was ich mir so Gedanken mache. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, über was ihr euch aktuell so Gedanken macht. Vielleicht sind es sogar ähnliche Sorgen, wie ich habe. Es geht ja dann auch weiter mit Vince. Es ist ja nicht nur, wie regle ich das, wenn ich ins Krankenhaus fahren muss. Ich habe halt auch sehr Angst, dass ich ihn vernachlässige. Nicht, weil ich es bewusst mache, sondern weil es auch einfach nicht anders möglich sein wird. Also wenn es denn beim 25.03. bleibt, ungefähr, bin ich ja relativ schnell dann mit beiden Kindern alleine zu Hause, weil Manu wieder arbeiten muss. Und gerade in den ersten Tagen, in den ersten Wochen ist ein Baby ja sehr einnehmend. Es ist einfach so. Und ich möchte aber Vince auf gar keinen Fall vernachlässigen. Ich möchte genauso, dass er Teil davon wird, dass er mitmacht, dass ich mir auch Zeit für ihn nehmen kann. Und ich bin gespannt, wie ich das dann so auf die Reihe bekomme. Also ich muss dann quasi in den Schlafenszeiten des Babys den Haushalt machen, damit ich dann, wenn Vince vom Kindergarten zurück ist, auch Zeit für ihn habe. Und ja, da macht man sich halt so Gedanken drüber. Aber das ist auch etwas, es ist völlig sinnlos, sich Gedanken darüber zu machen, weil ich muss sowieso dann sehen, wie es ist in der entsprechenden Situation. Aber ich nehme mir ganz, ganz stark vor, trotzdem noch viel Zeit mit Vince zu verbringen, es irgendwie auf die Reihe zu bekommen, trotzdem ihn täglich ordentlich ins Bett bringen zu können, ihm vorlesen zu können, auch wenn Manu arbeiten ist. Es muss halt irgendwie dann mit dem Baby funktionieren. Also entweder kommt es dann halt in die Babytrage oder man muss halt schauen, dass das Baby in der Zeit vielleicht gerade eine Schlafphase hat, dass ich Vince ans Bett bringen kann. Oder das Baby muss halt mit. Und ja, ich muss halt das Baby auf dem Arm haben und trotzdem irgendwie Vince beim Anziehen helfen können und beim Zähneputzen und ihm danach vorlesen können. Und es muss halt irgendwie funktionieren. Aber das sind halt gerade so Dinge, über die ich einfach nachdenke. Und ich dachte, ich bin relativ ehrlich in meinen Schwangerschaftsupdates und warum sollte ich nicht auch sowas mit euch teilen? Und ich freue mich auf eure Kommentare. Vielleicht seid ihr schon zweifach Mama und könnt mir mal so ein bisschen schreiben, wie gerade die ersten Tage, Wochen dann mit zwei Kindern waren. Vielleicht war es bei euch auch so, dass euer Partner dann nicht gleich Urlaub hatte, wochenlang und ihr relativ schnell alleine mit den beiden Kindern wart. Ja, das war mein Schwangerschaftsupdate zur 32. Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.